Hey Internet und YouTube! Ist das gehört? Ja, ein bisschen Seele. Ein bisschen Seele ist wieder weggegangen. Merkt man richtig, ja? Es wird immer weniger. Also im Moment bist du noch so bei 12%. Was passiert wohl, wenn er bei 0 ist? Was passiert, wenn Quantum keine Seele mehr hat? Wahrscheinlich noch so ungefähr 10 Folgen, dann ist die Seele weg. Glaubst du, wir kriegen die Seele mit ganz vielen Bewertungen ersetzt? Oh, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Rettet Quantum's Seele mit einer Bewertung. Tut was Gutes, Dankeschön. Macht was Gutes für den alten Mann. Der Greif, er ist immer noch gefangen. Ja, dann jetzt draufballern oder? Au! Hast du dich gerade selbst getroffen? Ich habe gar nicht geschossen, das ist doch nicht. Ich habe auch nicht geschossen. Ich glaube, der trifft dich. Vorsicht, wir dürfen nichts verballern. Ich denke immer, der backt gleich raus, ne? Ich glaube, ich muss mich hier reinstellen. Bumm! Vorsicht, trifft nicht mich. Da sind zwei gut aussehende Kreaturen drin. Einer davon bin ich. Na, wie viele braucht der jetzt hoffentlich? Ungefähr 200. Was? Ne, so viel ist es nicht. Ich glaube, ich weiß es nicht. Ach, der ist ja nur Level 11. Der ist nur Level 11. Was wollen wir denn mit dem minderwertigen Ding? Was soll denn das? Igitt! Hast du eigentlich Narkotiks, wenn er am Boden liegt? Ich meine, vielleicht wacht der total schnell auf. Ne, habe ich nicht. Kacke, ich gehe mit dem Affen schnell was jagen. Die Bären funktionieren eigentlich besser als die Narkotiks an sich. Oh, der ist schon down? Echt, der ist schon down? Level 11? What the fuck? Das ist deiner. Oh mein Gott. Das ist auf jeden Fall der. Ladies first. Oh mein Gott. Jetzt wollen wir Prime meet, ne? Ja. Bringen wir so. Im Vieh. Moment, ich hole erstmal hier Narkotiks. Jetzt schnapp dir mal deinen Vogel. Kannst dir mithelfen. Gib mir die Narkotiks raus. Warte, ich ziehe die raus. Okay. Hast du sie? Ja, ja. Mach der schnell auf. Ah, na, das geht. Was gibt denn Prime? So ein Para. Wo sind die denn hin? Eben gerade waren doch hier noch 40. Und jetzt ist gar keiner mehr da. Wo ist er hin, der Para? Hä, wo sind die hin jetzt ernsthaft? Hier sind keine mehr. Glaubst du, so ein Bär gibt Prime meet? Was? Hier ist doch ein großer. Wo denn? Ja, ich weiß ja nicht, wo du jetzt bist. Ja, direkt beim Käfig. Aber ich suche diese mit dem langen Hals. Diese Paracetamols. Ja, hier. Geradeaus. Geradeaus. Hinter dem Zahnboden. Bisschen weiter rechts. Ja, aber das ist doch so einer von den langen Hälsen. Genau. Ja, der gibt auch Prime. Sicher? Aber der sieht so schick aus in seinem Blutrot. Ich weiß nicht, ob ich ihn opfern will. Gefällt mir zu gut. Hab nämlich überlegt, mir den zu holen. Was hat der denn für ein Level? 30. Weiblich. Naja, bist eigentlich so gut wie tot, Kumpel. Sorry. Sorry. Ich kann den nicht angreifen. Der schiebt mich dauernd weg. Ah, jetzt. Der Affe geht drauf. Affenkeile. Geschlecht ist nicht verfügbar bei dem. Okay. Naja, ist ja auch ein Greif. Eine edle Gestalt. Die hat kein Geschlecht. Jetzt dreht hier noch eine Kuh durch. Warum dreht hier eine Kuh durch? Mach keinen Quatsch hier. Okay. Ganz viel Quatsch. Quantum. Eskalation. Was brauchen wir eigentlich mit dem Bärensatz? Zement 100. Oh. 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 Ja, das dauert noch ein bisschen. Warte mal. Ich muss hier ein bisschen was loswerden. Ich bin voll. Ich bin randvoll mit Quatsch. 4.000 Trilliarden Bären hier drinnen. Ja, Zement brauchen wir hier. Ähm. Titan. Stirb doch endlich. Mann, die Dinger sind echt robust, oder? Haben wir ihn? Nein. Nicht drauf mit dem Vogel. Geh mit. Ich hab schon neun rohes Filet. Echt? Mit einmal zu beißen. Okay, ich hab auch nochmal hier 10. Dann vielleicht kriegen wir direkt den nächsten Greif. Ne? Dann machen wir direkt zwei. Können die sich paaren? Ich mein, die haben kein Geschlecht. Ja eben. Wie soll das funktionieren? Das ist total unrealistisch. Aber können wir dann mit nem Greif rein theoretisch auf Eierjagd gehen? Weiß nicht wie das funktioniert. So, dann legen wir mal rein. Ich hab selber ein bisschen Hunger. Der sieht aber echt nice aus, oder? Also das muss man ihm lassen. Schau dir mal den Kopf hier an. Richtig schick. Doch, ein Anheiz. Wie leer das ist. Das klingt der Vogel. Ja, ne. Was ist das denn? Der alten Donner. Hier eins kannst du da haben. Das ist eine Belohnung. Brecki. Diesmal hier die Beeren, mein Freund. Sicherheitshaber. Guck mal, ich geb hier nochmal Beeren rein. Ja, definitiv. Ich muss auch mal ein bisschen was essen. Ich nag hier schon wieder an der Unterernährung. Ist dein Prime. Und fertig. Ja, das wär geil, ne. Ein Bissen, ein Bissen. Ja, ich bin dabei, Jungs. Oh, es schmeckt gut. Ich bin dabei. Sechs Minuten bis es spoilt ist. Ja, nicht wirklich Hunger, ne. Zwei Bissen. Na gut, jetzt haben wir ja die Beeren. Weiß nicht wie das. Aber ich kann hier hinten noch aus dem Dino ein bisschen was rausstechen. Der liegt nämlich noch da. Ich hab ihn extra nicht ganz zerlegt. Damit wir noch einen Plan B haben. Der ist hier noch drei Minuten. Ich bleib jetzt hier. Kriegt er keine Level hinzu? Der steht auch gar nicht dabei. Keine Ahnung. Finden wir jetzt raus. Ich weiß es ja nicht. Aber leveln müsste er. Komm, lass dir schmecken. Komm schon. Ich weiß nicht. Kommt drauf an, wenn er jetzt das erste Mal ist, was da passiert. Wacht er denn schnell auf? Wie viele es ist? Wie viele hast du denn noch von den Narkotiks? Ich hab noch genug. Also wir könnten... 100 sind dem Typen drin. Nein, nein. Ich mein von der Munition. Ja, dann können wir noch einen holen. Okay, Level 11 hat wirklich nur ein paar benötigt. Was war der andere? 40 oder haben wir... Bei dem anderen habe ich 50 oder so reingeballert. Der war Level 40 irgendwie, oder? Aber ich glaube dadurch, dass er halt immer wieder geschlagen wurde, ja? Ist er immer wieder resettet worden. Aber war es ja nicht so, wenn man die schlägt, dass die da durchwacht werden? So ein saftiger Schlag. So ein Hoch-Wo-Bin-ich-Schlag. Hat er schon gefressen? Nee. Shit. Wir brauchen einen Kühlschrank. Wir brauchen einen Kühlschrank. Wie lange hält das Fleisch noch? Nicht mehr lange, ne? 5 Minuten. Egal, ich kann hier nochmal vielleicht was rausholen. Weil der hier verrottet gerade. Das ist sogar ein Inventar. Was ist das hier? Ein Wirbel. Was? Ein Wirbel ziehst du raus? Ich habe eben gerade einen Wirbel rausgezogen, ja. Das ist krank. Das ist krank, oder? Mensch, jetzt beiß zu, Kumpel. Aber die Falle hat funktioniert. Stonehenge. Da wurden damals Greifen gefangen. Historisch korrekt. Donner ist komplett, oder was? Maximale Errungenschaft. Noch immer nichts gegessen. Tja. Aber er isst auf jeden Fall Prime Meat. Definitiv. So ein verwöhnter Rotzlöffel. Na klar, das ist ein Greif. Klar ist der verwöhnt. Ach du Scheiße, wie viel Fleisch kriegt man denn aus dem Kollegen raus? So, ich hätte hier noch mal eine Lieferung. Ich bin gerade weg vom Ding. Aber... Aber nicht, dass der aufwacht, ne. Ich habe keine Ahnung. Nee, nee. Ja, keine Ahnung. Hängen an den Tropf. Nicht, dass der auf einmal denkt, hey. Aufwachen macht Spaß. So. Also hier. Was steht hier so? Ausdauer, Leben. Nahkampfschaden 105. Geschwindigkeit 100. Kann man anscheinend auch gar nicht leveln. Also tolle Werte hat der jetzt nicht unbedingt. Die Benommenheit. Nahrung. Also gleich müsst ihr was fressen. Lange kann das eigentlich nicht mehr dauern. Jetzt, oder? Nee, nee, nee. Das waren Narkotiks. Ich habe eben hier noch ein paar reingedrückt. Hier auf Nummer sicher gehen. Weil die Narkotiks zählen auf jeden Fall nicht als Nahrung. Es geht immer weiter runter. Das einzige was er hat ist Gesundheit. Halt 2000. Aber das ist jetzt auch nichts. Ja, aber ich denke er ist ziemlich schnell, oder? So ein Greif müsste doch sehr schnell sein. Vielleicht ist da nichts. Kannst du halt Narkotiks geben? Nein, nein. Narkotiks haben keinen Einfluss. Schau mal hier. Jetzt ist er bei 255. Und wenn ich ihm jetzt hier so 5 reindrücke, dann verändert sich hier nichts. Es geht weiter runter. Die Nahrung geht weiter runter. Das hat keinen Einfluss. Vielleicht findet er einfach das Prime Meat nicht geil. Denkt sich, es geht noch primiger. Was will er denn noch alles? Er will es gebraten. Und mit ein wenig Pfeffer oder sowas. Ja, was ist denn da? Ein bisschen abschmecken. Ja, ein bisschen abschmecken. Mach ich mal so eine gute Brühe. Ein Glas Wein noch dazu, oder? Wär gut, ja. Hey, hier ist noch ein Bigfoot. Ah! Und? Einmal gegessen ist es fertig. Echt jetzt? Ja. Alter, jetzt mach vorne die Pillars. Müssen wir jetzt weg machen. Er braucht nämlich keinen Sattel, der Kunde. Nee. Ich glaub nicht, nee. Kommst aber hier nicht raus. Nee, natürlich nicht. Boah. Und der ist da. Alter, der sieht schick aus. Ja, der ist schnell. Der ist sehr, sehr schnell. Aber man kann seine Geschwindigkeit nicht verbessern. Wir können jetzt hier nur... Er hat 31 Level noch oben drauf bekommen. Okay. Ausdauer hat er extrem wenig. Gerade mal 275. Das müssen wir auf jeden Fall drastisch erhöhen. Denn nix. Und tragen kann er auch nix groß. Und schaden hat er auch nicht viel. 70 gerade mal. Ich geb ihm mal hier ein bisschen Schaden. Jetzt ist er bei 96%. Also stark scheint er nicht zu sein. Ich glaube, er ist auch nicht so schnell, oder? Warte mal. Oh, man kann Sturzflug machen. Oh. Oh. Das kann er auf C. Regeneriert der Ausdauer in der Luft? Das wär geil, wenn das so was könnte. Alter, der sieht aber fett aus. Der sieht richtig, richtig fett aus. Moment, du bist hinten drauf. Ja. Passagier. Ist mir eben erst aufgefallen, weil du so klein bist. Du gehst in dem Haar und dem Fell von dem total runter. Oh. Schick, oder? Uiuiui. Regeneriert er da? Weil er nix tut oder so? Vom Sturzflug. Er verliert auf jeden Fall sehr, sehr wenig. Da hol ich mir das Drachenei und dann zack, weg. Der Drache holt sich ja ein in null Komma nix. Elegant ist es. Ja, wie machen wir denn hier einen schnelleren? Ich mein, wenn man das nicht mehr beeinflussen kann, könnte man es ja rein theoretisch auch mit dem Züchten nicht mehr beeinflussen. Weißt du, was ich mein? Ja. Hat man ja ein richtiges Problem. Wie komm ich in Third Person? Bin ich bekloppt? Ranzoomen. Einfach ranzoomen. Und dann wieder rauszoomen. Ran und raus. Ich kann überhaupt nicht zoomen hier. Mit dem Mausrad. Nee, geht nix. Bei mir geht das. Ego Perspektive, Schulter Perspektive. Guck mal, da unten ist ein schöner Spino. Der ist schick, oder? Oh. Der würde mir gefallen. Wollen wir mal ein bisschen kämpfen. Ich probier's mal. Alles klar, wir machen 17 Schaden. Das ist ja gar nix. Und vergiftet. Cool. Oh Gott, wie viele Ameisen. Aber der ist total der Schwächling. Für was ist'n der jetzt gut? Deko. Wie Stonehenge, weißt du? Der ist echt ein Deko. Er sieht aber halt geil aus. Das muss man ihm lassen. Er sieht einfach gut aus. Mal hier ein bisschen Pelz abstoßen. Ich glaub wir werden auch schneller, wenn er nicht so voll weht. Der ist ganz schön überlastet. Er kann halt nen Sturzflug. Dafür ist er gut. Er knurrt. Er kann knurren. Cool, oder? Nun. Nun. Deine Begeisterung hält sich jetzt aber hier in Grenzen. Ja, das ist jetzt. Wo ist der Hype hin? Yay! Wir haben nen Greif! Ne, es ist schön. Ja, aber der Deko halt irgendwo hinsetzen. Und dann schauen wir ihn an. Und das ist toll. Ja. 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 Genau. Er sieht auf jeden Fall unverschämt gut aus. Er folgt dir. Mach mal U. Also er sieht echt vorbildlich gut aus. Von der Farbe her ist er perfekt, find ich. Aber er kann halt weder kämpfen, noch schnell sein, noch tragen, noch viel Leben haben, noch sich vermehren. Sammelt der irgendwas? Ich weiß... Hm. Vielleicht kann er irgendwie besonders gut... Wollen wir mal... Ach, ich kann nur ihn reiten. Also ich höre, ob ich first... Okay. Einen reiten kann ich umschalten. Kannst du umschalten jetzt? Nee. 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 Okay. Jetzt seh ich halt deinen haarigen Rücken, ne? Ja, du kannst auch nicht... Okay, das Passagier geht anscheinend nicht. Aber du jetzt kannst mit dem Mausreit hin und her zoomen, oder? Ja. Aber anscheinend nicht das Passagier. Wollen wir uns Eier holen? Du glaubst, wir schaffen das? Der ist tot. Komm. Ich seh's doch. Aber wie wollen wir denn Eier holen, wenn man die Geschwindigkeit von Flugtieren nicht mehr beeinflussen kann? Ich meine, mit welchem Vieh wollen wir da rein, um Eier zu holen? Hm. Das ist jetzt die große Frage. Stimmt, wenn der Drache einholt, ist Sense. Dann ist Sense, ja. Der hat einmal gespuckt und nicht mal weg vom Fenster. Also wie wollen wir da rein? Er ist immer noch einen Ticken schneller als unsere Vögel. Komm, setz dich mal drauf. Und dann wollen wir direkt den nächsten holen. Dann können wir mal gucken, ob wir sie vielleicht doch irgendwie paaren können. Vielleicht sind die halt vom Geschlecht her so, dass sie alles nehmen. Weißt du, was sie sagen? Naja, jetzt noch einen ist nicht mehr drin, aber... Wir können auf jeden Fall noch einen in die Falle locken. Wir können's probieren. Okay, die Falle locken, ja. Definitiv, ja. Aber da muss der Piller hier noch weg. Aber da muss ich mit dem Vogel rein. Ich muss eh mit dem Vogel rein. Ich mach den mal oben hin. Da muss ich hier mit der alten Olga rein. Da hinten war ja irgendwo noch einer. Aber dann finde ich's irgendwie krass, dass die Viecher nicht sterben, ne? Also der Greif, der hat ja alles weggesteckt. Da hinten hängt einer. Das sieht aus wie ein Kolibri. Der flattert. Der flattert total verrückt. Ach du heilige. Was ist das denn für ein aggressives Tier? Komm gut. Hexvogel. Hergestellt, okay. Ja, aber wenn, dann schauen wir jetzt noch in ein Level, oder? Ich weiß ja nicht, was der hat. Ich kann's nicht sagen. Wo bist du denn jetzt? Bist du schon wieder so weg, oder? Ich hab schon den nächsten, ja. Der fliegt schon hinterher. Okay. Ah, jetzt geht er aber auf den nächsten langen Hals. Oh Gott, ist das hier wieder ein Chaos. Ah ne, hier steht ja Bigfooter name. Also nicht, dass die Hand greifen hier. So, zieh mal alle weg schon mal. Ich muss ja eh noch was töten. Komm, du willst mich. Du willst mich. Gut so, gut so, gut so, gut so. Ach so, mit dem Fernglas kann man das Level sehen, oder? Ja. Ach shit, dann brauchen wir sowas. Er kommt. Ja, ich muss noch weg mit dem Vogel. Aber hier ist noch ein Piller, hier hängt noch ein Piller. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt rein kann. Er ist drin. Er ist drin, er hängt. Okay. Ich lenke ihn hier noch ab. Sperrst du ihn ein? Ja. Gut. Oh Gott. Alles klar. Mann, die Falle ist wirklich... Die funktioniert top. Was hat der denn jetzt für ein Level? Oh ne, Donner. Olga. Ich sag immer Donner. Olga. Olga. Jesus Christ. Jesus Christ. Schluss jetzt, Olga. Ist aber Schluss. Jetzt ist sie, jetzt ist sie, oder? Jetzt ist der fucking Vogel natürlich eingesperrt. Ich versuche ihn. Nein, nein, der ist nicht eingesperrt. Kommt durch. Egal, der ist Level 8. Der ist Level 8. Egal, wir nehmen ihn trotzdem, oder? Um mal zu gucken, ob die sich paaren. Olga, was... Jetzt ist er durchgebrochen hier, oder was? Moment, Moment. Alle... Alle passiv. So. Komm. Das sah aus, als hätte man ja gerade durchgebrochen hier. Ja, das sieht immer so aus. Aber der blutet schon ein bisschen. Der hält nicht mehr viel aus. Mann, warum finden wir hier nur so Low-Level-Varianten? Egal, betäub ihn mal. Lieber ein Greif zu viel, als einer zu wenig. Oder? Ja, Mann. Ersatzgreif erstmal hier, ne? Die Dinger sind jetzt nicht mehr besonders. Können wir wegschmeißen. Ich weiß noch, als Greifen cool waren. Und wir gedacht haben, wir kriegen nie einen. Und jetzt haben wir hier so viele. Was ist jetzt los? Jetzt dreht ihr noch einen Paracetamol durch. No! Olga! Don't! Ich zieh ihn weg. Warum hält denn der jetzt? Der kommt mir vor, der hält mehr aus als der andere. Ja, irgendwie schon. Jetzt ist er da. Wo ist los? Alles klar, hier oben ist ein Massaker. Oh, ne! Ich hab gleich direkt Prime Meat. Ja. Ich glaub, wir brauchen gar keine Drogen wahrscheinlich. Du brauchst ja auch nur einmal essen und dann ist beendet die Sache. Ja, bei dem Level auf jeden Fall. Am Prime mit rein und Jent. Obwohl, vielleicht doch einmal Drogen. Ich hab noch ein bisschen was. Das war die Greifenjagd. Es war total und spektakulär. Trotzdem würden wir uns freuen über einen Like. Bin sogar zwei gefangen. Unglaublich aber wahr. Wir sind voll die krassen Typen. Wenn man die Level zusammenrechnet, sind die ganz schön... Monster, du. Nicht mal dann, aber ja. Der kann was. Das sind die Deko. Die werden dann irgendwann mit Zement übergossen und dann stellen wir die uns auf die dicke pette Brücke. Genau, einer links und einer rechts, ne? Schön aus. Jeder Vogel ist gefährlicher, ne? Die fliegende Ratte macht mehr Schaden als so ein Greif. Was hat denn hier so gequietscht? Keine Ahnung, keine Ahnung. Das sieht doch gleich aus, oder? Haben die hier andere Farben oder sind die alle gleich aus? Ne, die haben auch andere Farben. Der gestern sah anders aus. Die hier sind so rötlich. Aber ich finde, er sieht schon cool aus. Heißt du jetzt wirklich Peter Griffin? Ich weiß nicht. Und wie nennen wir den da unten? Deko. Ungriffen. Oder Ungriff. Wer ist mit Ungriff? Ungriff? Ja, Greif und Ungriff in einem. Ich glaube, ich hole mir da hinten so einen Killer Dax. Ich glaube, der kann mehr. Ich habe vorhin einen gesehen. Der sah aus wie so ein Stinktier. Der hat mir richtig gut gefallen. Kann ich eigentlich was greifen? Hä? Kann er nicht? Was macht er denn hier? Das ist wahrscheinlich eine Attacke? Nein, er hat den einfach nur angezwitschert. Oh, ich habe schon keine Ausdauer mehr. Oh mein Gott. Haben wir... Hier war doch irgend so ein scheiß Vieh, oder? Ach, der ist da ganz hinten jetzt. Den Dax hier meinst du? Genau den. Der ist ja voll aggressiv. Au! Der ist super gefährlich. Pass auf. Und der hält richtig viel aus. Kämpf mal gegen den. Was hat der für ein Level? Äh... Das sehe ich jetzt. Warte. Warte mal stehen. 23, 33. Hinter dir ist ein Bär. Jetzt greift der ein Bär an. Der hasst alles. Okay, Dax gegen Bär. Dax gegen Bär. Duell! Auf wen setzt du? Setzt du das? Ich würde sagen, der Dax gewinnt das sogar. Ich weiß nicht. Ich finde so ein Dax ist schon krank. Das ist ein riesiger Killer Dax. Weißt du, dass der Honig Dax einer der gefährlichsten Tiere der Welt ist? Weißt du, wie schlimm Honig Dax ist? Wie asozial die sind? Ja, asozial ja. Aber der blutet schon. Der blutet schon. Ja, weil er davor schon angenippt war. Ich habe ja auch ihm einen mitgegeben. Der gibt aber nicht auf. Hat er gewonnen? Nee. Nee. Bär hat... Jetzt will ich mir das Ding einmal genauer reinziehen. Das ist schon geil. Glaubst du, das kann man reiten? Oh no. Aber so eine Bärenarmee wäre auch geil. Was hat der denn für ein Level, der Bär hier? 71! Den hole ich mir. Den hole ich nicht mehr. Alles unter 100? Das ist doch nichts mehr. Hast du denn schon was mit 100 gesehen? Nun, das stimmt allerdings. Ach dann, es geht los. Au! Es geht los. Nicht angreifen. Ich weiß. Den will ich aber haben. Guck mal nach unserem Greif. Ist der schon... Ist der schon am Start, oder? Kriegen wir nicht trotzdem eine Meldung dann? Auch wenn wir irgendwo sind? Ich habe... Weiß nicht. Aber wacht der vielleicht auf? Haben wir ihm genügend Drogen in den Mund gedrückt? Der pennt hier. Der Bär steckt auf jeden Fall gut was weg. Also mehr als ein Greif. Der Bär ist gefährlicher. Der pennt hier und ist... Boah, nur warten. Schieß mal mit drauf. Ach so, wenn ich jetzt absteige, dann greift er gleich an. Oh, er klemmt zwischen dem Stein. Alles cool. Danke dann. Wie er aussieht. Wie er aussieht. Wie Pinhead. Überall die Pfeile im Gesicht. Der olle Pinhead. Deshalb drück ich mich durch. Ey. Fällt er um? Ne. Aber jetzt müsste er umfallen. Normalerweise, wenn sie fliehen, dann noch ein, zwei Treffer. Was ist eigentlich Ende? Im Bärengehege. Jetzt ernsthaft? Was ist jetzt mit dem? Ich hab keine Ahnung. Er ist high. Er ist super high. Slided weg. Der hat Dinge jetzt gesehen, du. Jetzt geht er auf den Greif. Ne, doch nicht. Wir werden gar nicht mehr kämpfen. Wir haben nochmal eins reingewürgt. Der will sich umbringen. Der rennt auf die Klippe zu. Ich glaub, der beginnt Selbstmord. No. Jetzt hat er meine Flaggstiefel zerlegt. Komm schon, der pennt nicht ein. Der hat schon 20 Pfeile drin. Was ist denn mit dem Bären los hier? Ich krieg ihn nicht. Der ist krasser als der Greif. Na gut, er hat ein höheres. Oh nein, er macht Selbstmord. Er macht Selbstmord. Ist er tot? Er ist runtergesprungen. Nein! Ne, der ist da unten. Der ist da unten. Er ist da unten. Jetzt haut er ab. Geh wieder zu deinem Greif hier. Aber er ist da unten. Hol den Greif. Kannst du den Greif holen? Ich bin mit einem anderen wieder. Den krieg ich aber nie wieder hier hoch. Meine Güte. Habt ihr jetzt 20 Dinger reingedonnert? Der wollte nicht einschlafen. Der Bär wollte nicht einschlafen. Wir haben gar keine Meldung bekommen. Aber der ist jetzt da, ja. Ja. Und, Name? Keine Ahnung. Louis Griffin? Der Bär ist zu krass. Für was soll denn der jetzt gut sein? Für nix, oder? Weiß nicht. Sturzflug halt. Sieht halt echt cool aus. Muss man ihm lassen. Warum geht denn da nix? Also jetzt. Ich kann Greifenschrei. Ist auch was cooles, oder? Der war voll wenig von Gesundheit. Oh mein Gott. Hast du gehört? Das kann ich. Ja. Ich kann piepsen. Hä? Oh, ich hab dich. Ich hab dich gepackt, ne? Ist ja mal cool. Irgendwann du hast mich irgendwie weggezogen oder so ein Shit. Kann es sein, dass du da noch schieß... Hä? Ist das ne Schnecke? Ist das ne Schnecke? Hier ist ne riesige Schnecke. Komm mal her. Komm mal her. Kann ich die reiten? Ich hab sie betäubt. Was frisst die? Niemand will Schnecken reiten. Was frisst ne Schnecke wohl? Gammelfleisch? Kann ich ne Schnecke? Ich will ne Schnecke reiten. Ich will ne Schnecke. Da ist ne riesige Schnecke. Die will ich reiten. Die willst du doch auch reiten, oder? Ne. Sieht die nicht cool aus? Naja, sie sieht eigentlich schick aus. Hast du irgendwas zum betäuben? Weil die wacht auf. Ah, der greift muss ja noch seine... Oh Gott, die wacht ja rapide schnell auf. Naja, was... Gar nix sehe ich sie ja. Was gar nix. Die verliert gar nix gerade. Klar, die ist doch schon so gut wie weg. Guck mal, die sappert richtig. Hörst du das sappern? Die gefällt dir, oder? Schnecken machen aber überhaupt keine Geräusche. Ja, aber was frisst die? Hat die schon was gefressen? Ne. Lege Nahrung ins Inventar. Was... Was frisst die wohl? Salz. Haben wir Salz? Kann man irgendwo Salz finden? Frumpelt die dann ein, oder? Oh mein Gott. Hör auf. Hättest du gern so ne Schnecke? Ja, also Deko nehme ich alles erstmal. Haben wir vielleicht diese merkwürdigen Pilze? Weißt du noch diese, wo wir bei den Kristallen bekommen? Ähm... Sand. Aber ich hab keine Ahnung was. Vielleicht ist die Sand. Ne Sandschnecke. Hört sich irgendwie an, als würdest du was geben, oder? Sandschnecken? Du meinst ne Samtschnecke. Sand. Oder vielleicht ist es hier Kakteen. Erstmal hier alles bunkern hier. Die ganzen Vögel. Ne, das ist es nicht. Kakteen. Sag mal hast du unseren... Da hinten waren doch Kakteen. Hier. Welch isst du davon irgendwas? Kann man die... Wie erntet man die? Ah, einfach so. Kaktussaft, oder? Ich mein, das klingt so als... Pida. Würde es funktionieren. Vielleicht andere Schnecken. Andere Schnecken? Vielleicht... Vielleicht Kaktussaft. Hier. Ne, auch nicht. Oh mein Gott. Wenn hier irgendein Vieh hochkommt, ist ja nur Chaos mit unseren ganzen Viechern. Und die sind dann wahrscheinlich irgendwo. Die sind dann wahrscheinlich irgendwo. Die schon kommen. Ne fleischfressende Schnecke? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Ich hab kein Fleisch. Hast du Fleisch? Ne. Bin ich wieder weg von dem... Boah. Was fressen die eigentlich? Stimmt. Ich hab nicht aufgepasst in Biologie. Ja, eigentlich sind die doch Pflanzenfresser, oder? Ich mein, die essen doch Blätter und alles weg. Ja, Blätter. Ist doch ein Schädling. So. Mein... Fleisch hat der hier doch, oder? Ja, Peter. Klingt aber lecker, oder? Klingt super. Das möchte ich nicht mal im Schlafzimmer haben. Ne, Fleisch ist es auch nicht. Also, Kaktus ist es nicht. Pilz ist es nicht. Fleisch ist es... Fisch. Das wird doch keinen Sinn ergeben. Fischen, ey. Fasern. Fasern. Vielleicht Fasern. Fasern. Das würde Sinn ergeben. Ich mein, sie fressen doch Blätter. Und alles auf. Ne, ist es auch nicht. Hast du die Fasern wieder rausgenommen? Ja. Meine Fasern. Seide. Was? Seide. Ja, obwohl Schnecken essen... Was? Keine Ahnung. Soll ich das jetzt googeln nebenbei? Was frisst eine Schnecke? Was frisst... Moment. Ich google das jetzt. Ich will jetzt die Schnecke. Okay. Okay, warte. Ich warte. Moment, das ergibt... Wie heißt das Vieh? Wie heißt das Vieh? Äh... Achatina. Okay, warte. Das will ich jetzt wissen. Ach... Ja, so wie ich es halt ausspreche extra. Achatina. Taming. Ich will so eine haben. Gewehr über die Map reiten. Ja, mach ich auch. Natürlich. Wo soll denn deinen Sattel hin? So, jetzt will die Seite, wo ich gefragt habe, wissen, ob ich ein Roboter bin. So, da sehen wir sie. Was frisst sie denn? Kuchen? Was? Dazu brauchst du Öl, Narkotics... Hä? Die frisst Kuchen. Was? Was Kuchen? Die frisst Kuchen. Sie sind ja nur verwöhnte Viecher hier. Sweet Vegetable Cake. Prime Filet und Kuchen. Die isst Kuchen. Süßen Kuchen. Wow. What? Ja, die kann man nur mit süßen Kuchen sehen. Und den stellt man aus Öl, Narkotics und Beeren her. Ja, Ödel kriegen wir jetzt auf die Schnelle... Tja. Sie frisst nur... Ja Gott, das sind diese komischen Viecher, die geben ein bisschen Ödel, ne? Diese... Also, lösen wir sie von ihren Qualen oder lassen wir sie ziehen, die kleine Schnecki. Was gibt'n die? Was gibt'n die? Wird dann vielleicht irgendwas anderes? Jetzt willst du sie doch töten? Na gut. Öh, ihr geht, die läuft raus. Grünes Blut. Kalten gibt die. Und rohes Fleisch. Gut, wir haben wieder was gelernt. In der nächsten Folge gucken wir mal, ob sich unsere Greifen... Wollen wir mal gucken, ob die sich paaren können? Wer greift und ne Schnecke? Ja! Greif und ne Schnecke! Ja! Warte mal hier, ähm... Öh... Ernteeinstellung, Verhalten... Was kommt denn da dann raus? Aktiviere Wandern. Jetzt wandert der. Das war doch Wandern, oder? Wandern ist, umhergehen und was einsammeln und so, aber die muss doch nicht weggehen, oder? Wer weiß, wo die hingeht? War das nicht Wandern? War das nicht Paaren? Wer weiß, wo die hingeht? Warte mal, hat der hier irgendwas? Verhalten. Wandern... Sechs. Gibt's Sechs? Die Option Sechs zum Auswählen. Ich sehe auch gar keine Herzen oder so. Wandern nicht manchmal Herzen dann? Normalerweise schon, ja. Bei den anderen Viechern haben wir ja überall Herzen immer. Ich glaube nicht, dass sich Greifen vermehren. Die fallen einfach aus dem Himmel. Aber die sehen identisch aus, oder? Ja. Absolut identisch, glaube ich sogar. Ja, dann würde ich auf Normalstellen hier... Oh, die gehen jetzt immer weg. Oh mein Gott. Muss mal die Key Binds durchsuchen. Das geht. Du musst einfach E drücken und dann... Verhalten, Wandern, Deaktivieren. Der eine bleibt jetzt stehen, jetzt hier... Moment. Ver... 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 Was ist es denn jetzt? Verhalten, Wandern, Deaktivieren. So, jetzt bleiben beide hier stehen. Und Passiv. Ja. Und Passiv. Das ist... Muss einfach nur T und dann... Moment. Gibt's hier... Ähm... Alle anhalten. Ähm... Mal schauen dann, ja. Ja. Also der eine ist jetzt Passiv. Aber... Wenn ich das will. Ich kann auch jubeln. Cool. Muss ich gar nicht. Mit T kann man jubeln. Guck, jetzt habe ich hier alle voll. Oh mein Gott. Ey, jetzt gibt's hier Stress. Gut gemacht. Ja, was denn? Ich wollte nur mal gucken, ob's funktioniert. Sind doch alle schon wieder cool. Die sind alle ganz aufgeregt. Ah, die sind cool. Die kommen schon runter, wenn sie erst mal müde werden. Dann gehen die schon schlafen. Guck, da eine quietscht dir schon. Genauso wie wir jetzt. Ja, wir gehen jetzt auch schlafen. Guck dir auch ins Bett. Hast du zwei Betten oder nur eins? Ja, das ist mein Schlafsack, ja. Nee. Den habe ich reingefurzt. Gut, danke fürs Zusehen. Wo sind denn deine Schuhe überhaupt? Du könntest ja barfuß herumlaufen mit meinem Schlafsack. Klar. Ich stecke ja irgendwie drin. Guck mal, ich habe gar keine Füße. So. Zwei bärtige Buben gehen jetzt in den Schlafsack. Ihr könnt jetzt bewerten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zusehen. Küsschen und Bussi. Papa. Tschüss. 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 Tschüss.